Noyaki Kazai, der hier mit zwei Landsleuten zusammen, also drei Japaner sind hier 140 Meter geflogen, Funaki gestern, dann seid ihr heute in der Quali, er 1993 und ja, Kruzifix, war er jetzt mit den Händen im Schnee, war er mit den Händen im Schnee, der Kazai, das war auf jeden Fall weiter als 140 Meter. Das ist jetzt, kommt die Zeitlupe, Superflug von Noyaki Kazai. Und der Sprung wird wohl als gestanden gegeben, als gestanden gegeben. 147,5 Meter, 147,5 Meter. Ich glaube es nicht, das halte ich im Kopf nicht aus, kann man denn überhaupt so weit fliegen? Der verdirbt ja alle Preise. Bei den nationalen Meisterschaften war Primoz Speterka hier...